Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Seit 2023 führt Gastwirt und Koch Salvatore Sangue Dolce mit seiner Frau Svenja Himmel sowohl das Hotel Deutsches Haus als auch das dazugehörige Wirtshaus anno 1898. Ein frischer Wind. Im Herzen der Alpenstadt Sonthofen im Oberallgäu verbindet das junge Paar mit seinem engagierten Team traditionelles Flair mit gemütlichem Ambiente und gediegenem Komfort. Das Hotel bietet Gästen aus aller Welt nicht nur Doppel- und Einzelzimmer, sondern auch familiäre Atmosphäre und zuvorkommenden Service. Die Speisekarte des gemütlichen Wirtshauses samt großer Terrasse begeistert mit regionalen Schmankerlen. Eine separate Stube eignet sich ideal für kleinere Events wie Geburtstagsfeste, Hochzeiten und Klassentreffen. Uriges Ambiente, zentrale Lage, faire Preise. Das Hotel Deutsches Haus und das Wirtshaus anno 1898 überzeugen auf ganzer Linie.